Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliezer! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Tatebesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam. Also ich... Liebe nicht hier, Eliezer. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nicht, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Überhaupt nicht, wie tun wir es. Mit mir etwas folgenschen. Ich gehe Ihnen. Wäre gut, was ich bei mir vor? Dassel Pertfunk muss. Die Zeit zu müssen, wir müssen ja selbst machen. Und zwar nicht. Wir müssen uns jetzt mit diesen Möge. und ichuan. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Schlüssel! Ihre Hand schnell! Alles in Ordnung? Sie sind verletzt? Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber... Bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Wie weit hat uns dieser Port-Schlüssel nur gebracht? Weit er weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruin. Glauben Sie... Der Port-Schlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Port-Schlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie... Und auch George... Bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, starben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben... Ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen. Wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Port-Schlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch Sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Port-Schlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jede andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Ausgezeichnet. Das war etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da oben. Nicht mehr weit. Gleich da fahren. Bleiben Sie ruhig. Reparo. Fast geschafft! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört? Professor, die Statue! Vielleicht war die sein Zuhause. Professor, es ist eine Art Wandbild. Hm, vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Was ist das? Professor Fick! Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten. Wie auf dem Portschlüsselbehälter. Was ist denn Erlins Namen? Mein Gott, Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Hallo? Unmöglich. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verließ zwölf, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Hm? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauch von Ihnen. Diese Verliese sind am Neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Gut die Luft anhalten. Wie bitte? Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verliese Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verliese Nummer. Verliese 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Port-Schlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Heizband des Drachen. Wie, meine? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Nicht Erfolg. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Hm. Reveglio vielleicht. Reveglio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereit halten.